Hey Leute, willkommen bei Pantido Gaming und zurück zu Ninjago Tournament und ich bin noch immer in der Arena hier. Ich weiß nicht, wenn ich, ähm, äh, wenn ich, äh, ja, abbrechen würde quasi, dann muss ich, äh, ich glaube, dass ich dann wieder von vorne anfangen muss, was ich auf keinen Fall will, denn ich bin jetzt schon recht weit gekommen, ehrlich gesagt, und deshalb mache ich immer nur Pause, äh, und mache dann direkt weiter so. Ja, das ist auf jeden Fall Runde 18 hier. Ja, okay, ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, ob es überhaupt ein Ende gibt oder ob man jetzt irgendwie unendlich lange hier in dieser Arena bleiben kann oder was. Ich habe keine Ahnung, darum mache ich einfach mal weiter, ich sammle fleißig die Stats, das ist ja auch nicht schlecht, für 200.000 nur, ja, wir haben zwar erst 40, aber hey, 36, für 200.000 könnten wir uns irgendwas Neues kaufen, mehr, äh, mehr Lebensregeneration zum Beispiel, was tatsächlich nicht schlecht ist, aber es kostet halt einfach mal 200.000, was, äh, ziemlich, ziemlich viel ist. Wenn man mal sieht, dass ich hier nur ein paar hundert Kriege pro, äh, ja, pro Runde, so. Und gleich wird auch, glaube ich, wieder ein Master kommen. Ja, da kommt was, was ist das denn schon wieder für eine Hexerei? Nein, was ist das? Boulder Blaster, okay. Was, äh, okay, Boulder Blaster, klingt nicht gut, Leute. Da kommen irgendwelche Sachen runter vom Bild, das gefällt mir nicht. Was ist das denn? Oh, kann ich das sammeln? Ja, oh, das ist Stats drin, okay, nehme ich. Da sage ich doch nicht nein, oder was? Freie Stats, na hallöchen. Ich glaube, ich muss nur aufpassen, dass ich nicht in diese, äh, Abschusszone hier reingerate. Dann ist das nicht so schwierig, den Typen. Oh, hier ist eine Kiste, komm, die hol ich mir mal schnell. Fast das umsonst, oder was? Oh, Leute, lasst mich mal in Ruhe hier, wie viele Schlangen sind das denn? Okay, boom, ein paar Stats geholt, sehr gut. 44.000. Ah, 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 ah. Ja, jetzt bin ich in so ein Ding gekommen. Oh, scheiße. Ah, verdammt. Sorry, aber, ah, ah, ich bin gleich tot. Ah, diese Abwurfstellen, die sind ziemlich mies. Ein Herz, sehr gut. Ich brauche eine Slam-Attacke. Ah, ah. Ah, Herz, ja, Herz, Herz ist gut, Herz ist gut. Zack. Hier sind noch Kisten überall. Ich glaube, ich könnte öfter den Spinjitsu-Move machen, oder? Ich glaube, das bringt's. Ronin, oh mein Gott. Okay, das wird hart, Leute. Immerhin habe ich volle Herzen, das ist ja gut. Na, gucken. Wir werden wieder hier mit dem... Wow, mit diesem... Mit dieser Sprung-Attacke rangehen. Ich glaube, die ist ziemlich effektiv, weil er ist dann kurz, äh... Ja, wie soll man sagen, er ist dann kurz betäubt oder so. Oh, oh, da kann man da ein bisschen drauf gehen. Oh Gott, Leute, ich bin fast tot. Schaffen wir ihn noch? Haben wir geschafft? Nein, da ist er noch, da ist er noch. Komm schon. Ja, wir haben ihn geschafft. Ich glaub's nicht. Okay, hier ist noch eine Kiste. Zack. Zack, ein Herz drin. Ja. Wie episch. Okay. Spinjitsu. Kommt mal her, Leute. Kommt mal her, ja. Jetzt ist Feierabend. Zack. Perfekt. Okay, 56.000. Runde 24 schon, meine Herren. Hat es denn ein Ende, frage ich mich. Hat es ein Ende? Oder ist das hier nur zum Sammeln da? Diese Runden. Ich meine, das... Äh, das muss ja irgendein... Irgendein Ende haben oder sowas. Boah. Boah, ich stehe hier genau in der Mitte. Achso, warte mal. Man kann ja auch ausweichen, ne? So, ja. Das hab ich noch nie gemacht. Noch nicht einmal gemacht. Naja. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Die schlagen mich ganz schön kaputt hier. Vor allem dieser hier mit dem Schild. Der geht mir auf die Nerven. Ey, das gibt's auch nicht. Meine Herren, das ist nicht wahr. Okay. Ich hol mir jetzt erstmal diese Kiste. Vielleicht ist ein Herz drin. Jawohl. Fantastisch. Jetzt hab ich dich. Ja. Mein Gott. Was ist denn das hier? Kann ich das? Nein, kann ich nicht. Hey, was schießt du nur auf mich? Ich glaub, ich spinne. So. I think I spider. Runde 25. Alles klar. Ausweichen. Wow. Also, das Spiel kann man schon ziemlich krass trainieren, glaub ich, ne? Da, wenn man da gut ist, dann ist man echt gut. Ich bin nicht so gut, muss ich ehrlich sagen. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß dran, mir zuzuschauen, wie ich, äh, ein und das andere Mal, äh, naja, manchmal schaffe ich es, manchmal nicht. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß dabei, auch wenn ich nicht der beste Spieler bin. Okay. Oh, und wieder eine neue Hexerei. Was haben wir da? Titandrachen. Okay. Den hatten wir schon mal. Und das war nicht gut. Ich glaub, ich hab verloren, kann das sein? Beim Titandrachen, der spuckt jetzt hier so ne komischen Kugeln runter, was mir gar nicht gefällt. Da müssen wir noch zusätzlich drauf achten. Spinjitz. Uuuu. Uuuu. Okay, es ist effektiv, auf jeden Fall. Das müssen wir öfter machen, glaub ich. Ich weiß nicht, warum ich das so selten mache. Ich hab irgendwie das Gefühl... Oha, weg da, weg da, weg da. Ups. Oh, sorry. Kurz entartet. Ich hab das Gefühl... Oh, da kam so ein Ding. Ich hab das Gefühl, ich muss mir Spinjitzu aufheben, für die Master, die hier immer kommen. Aber... Wow. Wow, wow, wow. Raus hier, Leute. Raus. Oh mein Gott. Oh nein. Diese vereiste Sache hier. Das ist mega nervig. Wenn ich vereist bin. Boom. Spinjitzu. Okay. Spinjitzu ist effektiv. Auf jeden Fall. Das muss ich öfter machen. Ganz klar. Jetzt erkenne ich hier grad den Wert. Ich muss Spinjitzu öfter machen. Das ist ziemlich gut gegen Gruppen, auf jeden Fall. Wenn ich mal mehr... Die Typen mit dem Schild, die nerven mich. Und sorry übrigens, dass das Spiel ein bisschen leckt. Das ist wirklich ziemlich grafikintensiv, sag ich mal. Und da ich das ja aufnehme über mein Handy, leckt es doch ziemlich stark. Sorry dafür. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß dran. Aber wir haben den Titanenrachen überstanden. Das ist ja schon mal was. Okay, weiter geht's. Oder wie? Ich sag mal, es muss doch irgendwann mal Ende sein. Ich verstehe es gar nicht. Ich meine, ich spiele es einfach immer weiter, aber... Oh, 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 okay. Okay, ein neuer Master. Alles klar. Bam. Na dann, Kumpel. Auf geht's. Lass uns ein bisschen tanzen, hm? Spinjitzu. Warum machst du es nicht? Warum machst du es nicht? Mach es, verdammt. Oh, das gibt es nicht, ey. Mach jetzt Spinjitzu. Jetzt. Bam. 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 Das ist, wie es ging. Okay. Fünf von neun stand da gerade. Ah. Das ist dieser tägliche Quest, den wir hier haben. Dass wir neun von neun... Äh, dass wir neun von diesen Typen hier besiegen. Das ist jetzt quasi die fünf. Dann gibt es irgendwas. Irgendeine Belohnung, hoffentlich. Eine große, hoffentlich. Damit wir uns mal irgendwas Neues kaufen können. Wir haben 82.000 Stats. Wir sind schon in Runde 30. Meine Herren. Das ist gar nicht so schlecht. Ich stell mich gar nicht so doof an, wie ich dachte. Inzwischen zumindest. ist. Auch nur, weil ich das hier rausgefunden habe, dass das hier sehr, sehr gut ist, dieses Runterspringen. Mal von Spinjitsu, ganz abgesehen natürlich. Oh Gott, wie viele sind es denn? Oh Gott. Curbshut. Oh, der schießt da auf mich. Komm her, du Lump. Vergiss es. Du beschießt mich hier nicht aus der Ferne, Kumpel. Okay, Runde 31. Okay, weißt du was? Ich hau hier direkt ein Spinjitsu drauf. Das ist einfach nur cool. Es wirkt ohne Ende. Zack. Kommt, seilt euch alle ab, Jungs. Kommt, alle rein hier in den Tornado. So. Oh, oh. Lebt er noch? Nein. Alles klar. Oh, nächster. Nochmal der Titandrache. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay. Los geht's, Leute. Los geht's. Titandrache. Titandrache. Lass mich in Ruhe. Boom. Jetzt kriegen die Typen... Ach, der Titandrache schießt diese Eis... diesen Eiskram. Ich dachte, das sind die. Und warum vereist mich das, wenn die sieht, wenn er meine Gegner trifft? Das ist ja... Oh, ich muss da weg. Nein, nein, das wurde schon wieder vereist, seht ihr da? Das ist ultra nervig, das Eis. Ich muss auf jeden Fall hier weg, hier weg, hier weg. Ich will davon nicht getroffen werden. Du, hör auf auf mich zu schießen. Ich hab dieses Ding. Nein, ich muss weg. Ja, okay. So, schieß dein Kram irgendwo hin, nur nicht auf mich. Und... Bam, 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 bam. Alles klar. 100.000 Stats haben wir fast. Fast. Und für 200.000 können wir irgendwas kaufen. Ah, das ist wieder diese Special-Runde hier. Das ist super. Die brauchen wir tatsächlich. Und wisst ihr was? Ich glaube, ich setze hier mal ein Spinjitzu an, wenn ich es hin kriege. Yes, okay. Perfekt. Bam. Zack. Da hat mir auch das Eis. Kann mir auch das Eis nichts anhaben. Wunderbar. Next. Du noch. Oh nein, ich bin vereist. Oh, du noch. Okay, das war die nächste. Das war 6 von 9. Puh, Leute. Pause, Pause. Gönnt mir eine kurze Pause. Ziemlich anstrengend. Sehr konzentrationslastig. Also, Freunde. Wenn euch der Part gefallen hat, das Video, dann lasst mir einen Daumen da. Schreibt mir einen niniastischen Kommentar und abonniert und teilt den Kanal. Ansonsten sehen wir uns wieder im nächsten Part. Bis dahin wünsche ich euch nur das Beste. Macht's gut, Freunde. Und ciao.